Hallo Leute so was glaub ich begrüß es zu einem neuen Video und ja heute kündige ich ein Projekt an und zwar werde ich ein Craft Detect Mini Projekt raushauen und ja fang direkt an mit den Infos die Stadt ist noch unbekannt ne obwohl die Stadt wird einfach sein wenn wir genug Spieler haben ja es werden maximal 20 Spieler dabei sein wenn es mehr wenn sie viele anmelden dann 30 ja das war es eigentlich es gibt keine Regel man darf doch es gibt ein paar Regeln man darf nicht übertreiben mit dem killen und Sprengen die Chests sind gelockt gelockt also wenn man alle Chests baut dann ist sie safe kann ich einfach zeigen jetzt seht ihr das im Chat die Chests sind noch beinglocked ähm ja das war es dann eigentlich auch schon gespielt wird auf der 1 10 2 und ja ich hoffe es werden sich viele anmelden unten in der Beschreibung seht ihr dann den Skype Namen den addet ihr einfach und ja dann schreibt ihr mir eine Bewerbung Mindestalter ist 13 und ja ich muss Youtube haben und aufnehmen und wenn es geht noch streamen können ja hauptein und schulde man darf auch Offscreen spielen klack 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 klack